hallo liebe zuschauer in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr in der gta-version für den pc eure eigene musik hören könnt das geht ganz einfach ich wollte es eine zeit lang nicht machen weil es nicht so wichtig fand aber es ist doch richtig geil ihr könnt das machen wenn das spiel noch im hintergrund läuft wenn ihr im fenster modus seid oder einfach nur minimiert ist ich mache es ganz gerne wenn das spiel geschlossen ist so und ich würde sagen ihr geht als erstes in den ordner wo eure musik ist die ihr haben wollte ihr im spiel hören wollt die kopiert ihr einfach steuerung c und dann ihr könnt natürlich noch mehr markieren oder aus verschiedenen ordnern sowie lustig seit ich höre ganz gern die musik von drive im spiel passt ja zum autofahren haha so dann gehen wir auf start und dann gehen wir auf dokumente und da haben wir dann noch den ordner rockstar games da gehen wir rauf dann haben wir den ordner gta 5 da gehen wir rauf und dann kommt der ordner user music da gehen wir rauf und da packen wir unsere musik rein da habe ich schon einiges drin das ist gar nicht so viel und das ist auch schon das wichtigste gewesen fast dann gehen wir einfach ins spiel so wenn wir dann im spiel sind gehen wir ins menü das mit der musik funktioniert natürlich auch im story modus und im online modus also wir gehen auf einstellungen dann gehen wir auf audio dann gehen wir auf radio modus self radio modus gehen wir auf sequentiell damit nicht immer das gelaber zwischendurch ist dann drücken wir einmal oder automatisch nach musik suchen lassen wir an dann schnelle suche nach musik ausführen da drücken wir einmal drauf und dann einmal auch komplette suche nach musik ausführen da drücken wir auch einmal drauf so und wenn wir dann ins auto steigen was haben die mein auto kaputt gemacht so wenn wir dann im auto sind dann gehen wir auf die radiosender und da haben wir jetzt oben self radio so wenn wir selbst radio ausgewählt haben dann läuft unsere musik die wir in den ordnern gepackt haben das ist eine tolle sache und dann können wir schön schubrakete geben ich hoffe ihr habt das so einigermaßen verstanden was ich euch gezeigt habe viel spaß dabei handbremse muss ich noch lernen wo hier ist noch ein zombie kriegen wir die mit ein schuss hin und mal so was dann eben so was immer noch nicht kann ich die pfeile einsammeln ja ein wenigstens so was ich so so Vielen Dank.